hallo liebe abgefahren community ich habe ein großes problem ich habe zwei kinder und damit absolut keine energie mehr abends noch irgendein buch zu lesen trotzdem habe ich mir die mühe gemacht habe in den letzten wochen zwei neue kindle geräte ausprobiert und zwar den neuen kindle paperwhite signature edition und den neuen kindle colorsoft signature edition also also dieses wort wie dem auch sei es sind diese beiden geräte hier und von hinten und auch sonst das gehäuse ist absolut identisch außer die tatsache dass hier diese ganzen ce aufdrucke total hirnrissig hell weiß aufgedruckt sind und hier sind sie kaum zu lesen interessiert ihr kein ich bevorzuge das ihr wisst aber immer noch nicht welches gerät welches ist wenn ich die beiden dinge jetzt umdrehe und ihr euch den sperrbildschirm anschaut dann sollte das relativ eindeutig sein das hier ist der colorsoft der ein farbdisplay farben werden mit 150 pixel per inch aufgelöst also nicht ganz so hochauflösend aber es sieht prima aus ich habe es mir angesehen und was euch da genau erwartet das möchte ich bei euch in einem kleinen blick über die schulter zeigen ja weil ich einfach denke bilder sagen mehr als tausend worte verpackung ist relativ dick aber komplett aus karton ja kein plastik sehr schöne geschichte und dass das gerät wie gesagt jetzt ist das display ausgeschaltet es kann halt aufgrund der technologie trotzdem inhalte anzeigen es hält wochenlang das habe ich jetzt in der kürze der zeit nicht ausprobieren können wir schalten es an und werden dann schon ja ziemlich farbenfroh begrüßt und es gibt jetzt so ein paar sachen es ist ein 7 zoll display das problem ist die meisten comics und cartoons wo man halt von den farben profitieren würde die sind ja größer als so ein format und ich muss sagen es sieht zwar richtig klasse aus es ist natürlich ein bisschen matt auch wenn man die leuchtenden farben einstellt da hat man zwei optionen einstellungen aber es ist halt echt klein und um das lesen zu können muss man schon sehr gute augen haben oder sehr nah rangehen ich zeige euch das mal hier fokus so also ihr seht jetzt besser als ich das in natura sehen würde manche ebooks sind aber optimiert ich kann natürlich könnte ich jetzt manuell zoomen aber das macht echt keinen spaß ich kann aber doppelt auf ein bild tippen und geht dann quasi in die detail ansicht und ich muss sagen so macht lesen echt spaß ich kann dann zur nächsten seite einfach weiter drücken es lädt finde ich relativ schnell natürlich baut sich das bild auf das ist ein größerer umbruch als jetzt bei einer einfachen textseite aber ich kann halt die einzelnen grafiken richtig gut erkennen und lesen wenn ich dann zur nächsten seite springe wird mir erst die ganze seite als gesamtes angezeigt und ich bin ja noch in diesem detailmodus das heißt zack ein fingertipp reicht und ich komme dann zur ersten detail ansicht also das klappt relativ gut was mir aber noch ein bisschen besser gefällt ich habe meine leseprobe geladen sind halt kleine bücher die tatsächlich so ein taschenbuch format haben und was gibt es da besseres als das lustige taschenbuch und ich muss sagen hier ist das von der größe her ich zeig's euch mal noch ein bisschen genauer echt sag ich mal es ist klein aber man kann es lesen es ist so echt angenehm ein bisschen schade finde ich dass es halt noch nicht optimiert ist wir haben wir sehr viel rand drumherum und den kriegt man halt aber ich könnte jetzt zoomen so noch ein bisschen ich sag mal das wäre schon noch noch geiler wenn es halt so wäre leider speichert oder kann man diese zoom stufe nicht speichern das heißt hier kann ich jetzt nicht einfach weiter tippen und auch dieses lustige taschenbuch ist nicht optimiert wie gerade dieser dc comic hier seht also hier bringt ein doppeltipp einfach gar nichts ich springe jetzt einfach dann die seiten voll zurück das ist ein bisschen schade weil man halt vorher nicht weiß welches buch wie optimiert ist aber mit der leseprobe findet man schon ganz gut heraus ja wie es da um die technik steht ansonsten von der farbdarstellung macht es halt jetzt auch echt mal spaß so einen cartoon oder comic zu lesen ansonsten ist es ein kindle paperwhite wie jeder andere bloß halt mit colorsoft technologie ihr profitiert natürlich hier sag ich mal einfach von schöneren ansichten ihr könnt auch mal ein magazin lesen ich habe mir hier mal die mac live geladen die ist tatsächlich optimiert das heißt die textseiten sind angepasst jetzt auf so eine ebook reader darstellung plus ich profitiere halt hier von farbfotos ja als nettes extra macht jetzt aber für mich jetzt keinen riesen unterschied und natürlich könnt ihr auch ganz einfach ebooks lesen die einfach nur ebooks sind ja wir schauen mal hier rein das wird tatsächlich heruntergeladen aber auch das geht für ebook wiederverhältnisse ziemlich schnell und das ist halt einfach ein klassisches ebook wir haben dann hier die möglichkeiten die helligkeit einzustellen ich habe die automatische helligkeit mit dem sensor hier oben farbtemperatur habe ich auch automatisch gerade die passt sicher im tagesverlauf an es ist einfach ein kindle und ich finde das ist das flüssigste betriebssystem ihr habt natürlich den nachteil dass ihr an den amazon shop gebunden seid aber mittlerweile kann man ja auch e pops aus anderen quellen relativ einfach auf den kindle übertragen ja da haben wir sie also den kindle paperwhite signature edition 200 euro color soft 290 euro für wen lohnt sich jetzt der umstieg auf die farbige variante wenn ihr einfach nur textbücher lest wenn ihr ganz klassische bücher lest wo mal ein bild drin ist dann braucht ihr die farben nicht gar keine frage wenn ihr aber sagt hey ich habe mal bock auf ein lustiges taschenbuch ich lese irgendeinen comic dann kann das tatsächlich eine alternative sein es gibt eine einschränkung und das ist die größe des displays ihr habt gerade sehr gut gesehen das buch muss optimiert sein oder der original die original größe des buches muss halt so klein sein dass es auf dem 7 zoll display angenehm zu lesen ist ich würde mir tatsächlich für richtig cartoons für comics die so ein diner 4 format haben oder fast diner 4 würde ich mir fast schon einen größeren kindle wünschen vielleicht nicht ganz so groß wie den scribe weil der ist einfach riesig aber so ein bisschen größer so acht achteinhalb neun zoll so dass es immer noch einfach in irgendwie die handtasche oder rucksack passt trotzdem ist das natürlich hier schon echt einen schritt nach vorne und es ist brauchbar und ich bin gespannt wie die verlage ja ob die jetzt reagieren ob die sagen okay wir müssen da was optimieren dass es einfacher zu lesen ist es gibt viele cartoons der DC comic kann man super vergrößern das lustige taschenbuch ist klein genug ja aber es ist halt keine 100 prozent garantie dass jeder comic auf dem colorshaft gut aussieht ansonsten gefällt er mir er ist natürlich teuer aber wie ihr wisst der black friday der kommt und vielleicht gibt sind das schon im angebot ARD Text im Auftrag von Funk –